Musik Ich darf euch vorstellen, herzlich willkommen hier in St. Pfeib. Ich möchte gleich mal einfangen mit einem riesen Dankeschön an den Raimund, der da jetzt wiederum in euch gewohnte Art und Weise die Sektionen aufgebaut hat. Darüber möchte ich euch einen kleinen Applaus für den Raimund. Danke. So, da fangen wir gleich an. Simon Päutner. Warte, den Pascha. Super. Warte, die's geschnt. Warte, die's geschnt. Das war's für heute. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Hei, du sollst das leiste, muss ich nicht sagen, so, na. Okay. Hey! Oh, super! 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 Ich darf einmal Grüß Gott sagen und es freut mich, dass es machbar war, eben diese Biker-Staatsmeisterschaft nach St. Veit zu holen und die Verantwortlichen eine herzliche Gratulation, weil es ist eine tolle Sache, was da passiert ist. Ich bin, nachdem das für uns ja ein neues Land ist, sind wir umso mehr überrascht und angetan, was eben da machbar ist und dass das so aufgenommen wird auch dahingehend. Ein herzliches Danke an alle, die da Verantwortung tragen, um eben diese Veranstaltung perfekt über die Bühne gehen zu lassen. Und Herr Bürgermeister, wie fühlt man sich als Punkterechter? Als Punkterechter, also auch dahingehend darf ich sagen, weil das immer so eine tolle Geschichte ist, habe ich mich auch in den Dienst dieser guten Sache gestellt und lasse mich nicht nehmen, da persönlich dabei zu sein und als Punkterechter zu fungieren. Dankeschön. 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 Was ist das denn? Nein, wir haben das nicht. Wir haben das nicht gemacht. Aber wir haben das nicht gemacht. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben das nicht gemacht. I'm sick. Da kann das nicht ganz sicher sein. Wir haben das nicht gemacht und dann noch nicht gemacht. Oh, bravo! Oh! Vielen Dank. Ja, ja! Ah! Ah! Ah!